Ihr fragt, wir antworten. Nicoletta möchte einen Kiefernholzschrank streichen und sucht einen Farbton, der gut mit Aloe harmoniert. Lasst uns mal ihre fünf Favoriten vergleichen. Peach, ein pastelliges, warmes Orange mit deutlichen Rot- und Gelb-Pigmenten. Sierra Nevada, deutlich gelber als Peach, ein blasses, fast schon kühles Pastellgelb. French Coffee, ein sehr helles, warmes Braun-Beige mit gelben und roten Untertönen. Vanilla, ein helles Beige-Weiß, etwas stumpfer und schattiger als Sandy. Sandy, ein sehr helles und freundliches Hellbeige, wie von der Sonne geküsst. Fünf einzigartige Farbtöne, die alle gut zu Aloe passen. Welcher ist dein Favorit?